Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kein Grund mehr für ihn wieder aufzuhören Minister Kissinger ist in der Leitung Ich bin erstens Amerikaner, zweitens bin ich Außenminister der USA und drittens bin ich Jude Bitte vergessen Sie nicht, in Israel lesen wir aber von rechts nach links Sie sehen, dass das amerikanische Volk einen hohen Preis für seine Unterstützung Israels zahlt Wenn es sein muss, dann kämpfen wir eben allein Unsere Truppen am Kanal, sie sind umzingelt Sorgen Sie dafür, dass diese Jungs freikommen Wenn uns die Amerikaner vor die Runde gehen lassen, lasse ich mich nicht lebend gefangen nehmen Die Ägypter feuern einen Marschflugkörper auf Tel Aviv Wenn die Arabe uns mit sowjetischen Waffen besiegen, welche Botschaft sendet das wohl an die freie Welt, Henry? Die Russen bereiten elf Luftlandedivisionen vor Damals war ich noch ein Kind in der Ukraine Sie haben Juden auf der Straße zum Spaß zu Tode geprübelt Ich bin nicht das kleine Kind, das sich im Keller versteckt Wissen Sie, wie viele Menschen gestorben sind? Den Schmerz darüber werde ich noch mit ins Grab nehmen Wir kämpfen um nicht weniger als unser Leben Schmerz darüber werden, das ist sicherlich für alle Menschen gestorben sind Vielen Dank.